Jo Leute, erst mal ein Triple Piece. Ich war wieder einkaufen. Als erstes, Cola Zero, kann man's gut hinterschütten. 10 von 10 Hinterschützpunkte. Als nächstes, Bananen, kann man's gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes, von gut und günstig, Naturjoghurt, Fett einmal Joghurt. Kann man's gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes... ...Biernen... ...kann man's gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. vielen dank leute lasst uns aber da kommt da unten like wenn die menschen zu stützen wollt könnt ihr das geld tun